Das ist Frau Becker. Sie sitzt im Aufsichtsrat eines großen Unternehmens und vertritt dort die Arbeitnehmerseite. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kommt sie mit schlechter Laune nach Hause. Als ihr Sohn Anton sie nach dem Grund fragt, erzählt sie, dass heute eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat. Und mit dem Ergebnis ist Frau Becker nicht zufrieden. Anton ist neugierig und fragt sich, warum gibt es einen Aufsichtsrat? Was macht dieser und wie setzt er sich zusammen? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht auf Mitbestimmung. Das heißt, Arbeitgeber dürfen nicht immer alles allein bestimmen. In Kapitalgesellschaften gibt es einen Aufsichtsrat, der den Vorstand kontrolliert und berät. Ob in einem Unternehmen auch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sitzen, hängt von der Anzahl der Beschäftigten und der Rechtsform des Unternehmens ab. Hierfür bilden drei Gesetze die Grundlage. Das Drittelbeteiligungsgesetz greift bei Kapitalgesellschaften mit 501 bis 2000 Beschäftigten. Der Aufsichtsrat ist zu einem Drittel mit Vertretern von Arbeitnehmern und zu Zweidritteln mit Vertretern von Anteilseignern, also von Eigentümern besetzt. Das sogenannte Mitbestimmungsgesetz gilt für Kapitalgesellschaften mit über 2000 Beschäftigten, zum Beispiel auch für das Unternehmen, in dem Frau Becker arbeitet. Hier sind die Sitze zu 50-50 verteilt. Sollte es bei einer Abstimmung zu einer PAD-Situation kommen, entscheidet letztlich der Vorsitzende, der immer von der Eigentümerseite gestellt wird. Eine Ausnahme bildet das Montan-Mitbestimmungsgesetz. Es greift ausschließlich bei Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie und des Bergbaus mit über 1000 Beschäftigten. Der Unterschied zum Mitbestimmungsgesetz besteht darin, dass neben den Vertretern von Anteilseignern und Arbeitnehmern ein neutrales Mitglied im Aufsichtsrat sitzt. Bei einem Unentschieden zwischen beiden Parteien gibt die Stimme der neutralen Person den Ausschlag. Die Beschäftigten haben dadurch Einfluss auf wirtschaftliche und strategische Entscheidungen im Unternehmen. Sie sollten ihr Mitspracherecht nutzen, denn gerade sie sind am langfristigen Erfolg des Unternehmens interessiert. Und genau hier liegt der Grund für die schlechte Laune von Frau Becker. Entscheidungen über neue Investitionen für eine Unternehmenssparte wurden von der Anteilseignerseite blockiert. Als Arbeitnehmervertreterin wollte Frau Becker damit Arbeitsplätze sichern. Die Anteilseigner wollen die Sparte jedoch lieber verkaufen. Nachdem Anton gut zugehört hat, versucht er seine Mutter aufzumuntern. Vielleicht klappt es bei der nächsten Sitzung mit einem Kompromissvorschlag, der für das Unternehmen so attraktiv ist, dass es die Sparte nicht verkaufen muss. Frau Becker ist stolz auf ihren Sohn und hat nun neue Motivation für die nächste Aufsichtsratssitzung gewonnen.